I'm talking nice, I see. Ach, man. Okay, die haben unsere Nocturne-Combo gekillt. Oh, stimmt, ich bin die ganze Zeit gemutet. Ich rede hier die ganze Zeit. Okay, drittes Game ist Amumu-Time. Amumu-Time, sagst du? Ist Amumu-Time. Du wolltest schon jedes Game gewinnen, ne? Ja, ja. Das ist ja nach Confident Booster. Aber wenn du sagst Amumu-Time, was bänden wir noch raus? Jarvan nochmal, oder? Tolkien, hast du dir Milio gekauft? Ja, Jarvan ist guter Bun. Oder Milio einfach? Tolkien, hast du Milio gekauft? Nein. Ben Milio. Ich habe mich nicht first pick und ich bin am DC-N. Ich würde das erstmal fixen, bevor wir im Game gehen. Oh, sorry, sorry. Ja, ich wusste nicht, dass du das Problem noch hast. Ist dein Stream auch? Ja, alles, alles komplett DC-N. Oh no, that sucked. Das ist sehr shit. Das ist in der Tat sehr shit, ja. Es geht nicht der Computer, sondern nur das Internet. Ja, ja, nur das Internet ist jetzt dreimal ausgegangen, leider. Was sollt ihr picken? Sorry, ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, er hat nichts gesagt. Du kannst mir... Wir können Tristana Flex picken, wenn ihr wollt. Ja! Ich flex nie. Gegen Varus ist es auch insane. Ich glaube, wir reden von AD Flex. Ja, Chat, sorry. Ich werde, wenn ihr mal das sieht, keine Ahnung, woran es liegt. Tut mir mega leid. Megascheiße für euch, Megascheiße für mich. Hoffentlich geht es jetzt gleich fit. Das wird jetzt okay. Hoffentlich bleiben. Ja, be back. F5, I guess. Hoffentlich bleibt es jetzt so. Tut mir leid, Leute. Also ich kann auch nicht garantieren, dass das normal passiert. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht passiert es gleich nochmal. Not sure. Ach, du bist aber auch eine kleine Heulesau. Du bist schon... Also, ja, du kannst ja nicht Jungle-Spiel picken in der... Du hättest ja... Du hättest ja... Du musst den First picken. Ich fand, ich war so weit weg von der Momo. Mm-mm. Mm-mm. Oh. Ja, da kommt der Raka. Ich sage, wie es ist. Das ist der fetteste Tristana-Support-Engel. Ist die wirklich gut hier? AP-30-Sano? Ich sage, wie es ist. Wenn ich noch einmal Grandmaster pike, dann ist mein Ziel erreicht und dann mache ich einen Tristana-Support-Only-Account bis Master. Womit machst du das zufrieden? Du bist denn gut an AP, Tristana? Nee, nee, ich bin nicht AP. AP ist bloß Troll- und YouTube-Clickbait. Aber Lethalty-Tristana-Support ist insane. Aber warum? Weil du springst rein und one-hit ist. Na Gott, das hört sich so bad an. Nein, also Retalk. Also der Zyra-Build war viel Mord-Troll. Die Leute haben ja also auch Jhin-Support und so gespielt. Das muss man auch mal sehen. Der Match ist einfach so dumm. Was kannst du denn so aus hier nehmen? Oder willst du Tristana spielen? Nee, aber wir brauchen einen AP-Damage-Bot, oder? Nee, der kann ja auch Tristana-Bot sein. Ja, du musst jetzt Support geben. Ich nimm Tristana, wir brauchen jetzt Support für dich. Lulu oder Nautilus, was ihr lieber haben wollt. Aber Lulu wäre halt schon geil. Nautilus, dann fahren wir da rein. Oh, ich hab's schon gut. Achso, mit Nautilus. Actually, aber es glaube ich... Na, hm. Ja, schon lange geht's. Ich muss ja nicht Tristana-Bot sein, ne? Ich weiß nicht, ob Tolkien noch da ist. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Damage. Carries. Wir brauchen jetzt Carries, guys. Ja. Wir bräuchten irgendwas wie eine Gwendoline vielleicht auf der Top-Land. Aber kein E-Bot, oder? Ja, wirklich kein Problem. Wenn ich Tenth-Pick habe und kein Jaxx oder so kommen kann, wenn wir hier... Ich kann Jura rausnehmen und... Jura ist nichts. Ich kriege einfach Tenth-Pick. Ist so ein Jura-Man? Ja, dann kann ich mir eine Bande. Ah, doch, ja. Und was ist mit Kante noch? Wir auch Bande. Aber Kante ist schlecht gegen Gwend. Ja, schon. Ja, ist doch trotzdem Kante, ne? Meine Edamame sind leer. Ja, wenn wir ein Bande, dann werden wir beide. Wir haben den... Die Flex-Exodia, ne? Amumu, Jungle Support. Nautilus, Mitte Support. Tristana, Mitte AD Support. Top. Das ist der absolute Ultra-Flexer, ja. No, sie sind leer. Ne. Okay, du bist noch am Essen. Die ganze Zeit am DC-Man kommt sowas, Chad. Ich kann das nicht mehr. Aber jetzt picken wir einfach Gewinn, oder was? Oder bist du nicht behind'n? Ne, warte, ne, nicht... Jaxx ist open. Nein, nein, nein. Stroll. Stroll. Okay, dann willst du... Soll ich Mitte hier picken? Oder willst du Tristana haben? Oder soll ich? Du kannst Tristana haben. Ich wüsste noch nicht, dass ich unten picke, aber kannst du trotzdem erstmal nehmen. Was mit Ash? Dann musst du Gin nehmen, oder so. Achso, ich... Oder Seraphine, oder so. Ezreal. Ezreal, ja, sehr gut. Das ist so eine Bad Draft. Wir haben jetzt uns selbst blindings weggenommen. Und wir haben vier Top-Learning gebannt, und können keinen blinden. Weil wir einfach nicht gut gebannt haben, honestly. Ja, ich sag mal, ist jetzt nicht optimal. Wenn wir für Gwenn spielen, dann müssen wir Jaxx Fiora oder so bannen. Gestern hat das ja gut. Aber ist fein, oder? Dann können wir immer noch Jaxx blinden, ne? Ja, deswegen war Jaxx Fiora bannen. Haben die eine Anivia-Mitte gerade gedraftet? Ja. Aha. Interesting. Hm-hm. Was spiele ich da jetzt? Das ist schon ein ziemlich krasser Cleanse-Angle hier, ne? Gegen Lilia, Anivia, Ivaros. Die gehen jetzt aber nicht singt, oder? Also wenn, dann ist das ein Playsold, oder? Wollte schon sagen. Ähm, ich würde wahrscheinlich sogar... Würde ich lieber Cannon als Gwenn spielen? Völlig okay, ja. Nachdenken. Brauchen wir noch mehr magischen Schaden? Ja, eigentlich, ne? Also ich würde behaupten, wir bräuchten magischen Schaden. Ja, glaub ich auch. Würde ich noch eine Cannon lieber spielen als Gwenn? Ich hab mehr Gwenn-Games. Ich bin schlecht auf Cannon, glaube ich. Würde ich lieber üben wollen. Nice. Okay, wo ist der Firefighter Tristanus-Gun? Warte, ich hab den nicht? Goddammit. Was ist der mit dem Drachen? Ja. Das ist auch der Beste. Wobei das ein bisschen Tierquälerei ist, ne? Weil die permanent den Drachen so auf den Bauch drückt, damit da Feuer rauskommt. Passt, Tristana. Ja. Ich auch. Aber sind Drachen wirklich Tiere? Das sind eher so Fabelwesen. Also ist nicht... Die ruhen wieder umgestellt. Mein Gott, das ist so lästig. Ey, immerhin siehst du nicht die ganze Zeit. Das ist doch auch was wert. Wie kann das sein? Hast du mal erst geschrien? Naja, aber ich hoffe, dass das Ingame funktioniert, wenn ich müsste ab und zu pausen. Immerhin wissen wir jetzt auch, wie die Gwenn-Passive aussieht. Das kriegt dich. Und gestern der Passive. Das wissen wir seit gestern, ja. Dankeschön, Chat. Du merkst, sieht hier schon keiner broken aus, nu? Für meinen Chat bin ich. So, kann ich. Und wir zwei gehen danach direkt was essen zusammen, bei der Korn, ne? Ja, gerne. Geil. Also wirklich keinen Flex für. Also... 1, 2, 3, 7 Games. Ja, wir gerne machen, aber danach alle in der Bar. Explosion. Ah, gut, dann gehst du mit? Nee. Ach, du machst, du machst. Ich würde echt gerne mal jetzt meinen Stream zu Ende machen. Okay. Na gut, da haben wir ein Date, Brücken. Äh, Tolkien. Ich bin für war. So viele Lover. Oder wohin würdet ihr gehen? Wo immer du hin willst, schöner Mann. Na, dann nicht. Hä? Nein. Das müssen wir schon schmackhaft machen. Was magst du denn? Nee, deswegen habe ich auch noch Essen von vorhin. Aber das ist bestimmt leckerer. Oh, das schmeckt richtig. Das verläuft im Munde. Was magst du denn mit dem Essen von vorhin? Jetzt mit den Boys chillen gehen in so einer schönen Bar. Was hast du denn noch von vorhin? Ähm, ein Dürren. Hä? Also den kann man auch als Late-Night-Snack essen. Den kann auch ich später essen. Also, oh fuck, ich werde wirklich zum Fresssack. Aber den kannst du noch später essen. Wenn wir jetzt essen gehen, esse ich ihn ganz bestimmt erst frühestens morgen. Ja, unser Team noch frage, ob die noch mitkommen wollen, kann ich. Oh, wir haben ja noch andere Bros, ja. Nee, aber du bist unser Main-Bro. Die müssten ja nicht, wenn sie nicht wollen. Ja, sie werden dann gefeuert. Nein, die Atos kann Pässe haben, Level 5, wenn er hier wirklich Kommen spielt. Er skait sehr schlecht. Wie kann es eigentlich sein, dass wir in der Enchanter-Meter sind und ich spiele jetzt trotzdem schon wieder zwei Games Nautilus? Das weiß ich auch nicht. Hast du dich nicht durchgesetzt? Du wolltest dich Lulu spielen, oder? Ist Lulu Ezreal terrible? Ja, aber dann hätten wir kein Ezreal gepickt. Aber Lulu ist gegen Enemy-Team einfach komplett broken. Broken. Wollte auch Lulu picken, aber wäre ja mit Ristala gut gewesen. Ristala wäre auch insane, oder nicht? Ja, tatsächlich. Wir machen das jetzt. Das wollen wir in Statement, ne? Zu null. Oh, das ist unlucky. Schade. Raptoren sind gestartet. Nice try, though. Botland 10 HP und 3 Summs raus. Die kann für einen Early-Bot-Gank spielen, ne? Ich singe trollt, ne? Ähm, wollte ich jetzt auch nichts sagen, aber... Also wie gesagt, die haben 3... Die haben ja Level 3-Bot, ne? Geben wir mal. Okay, die haben schon Level 2 da. Level 2, Botland-Gank. Ja, deswegen haben wir es gesagt. Das war früher als erwartet. Ja, das war wirklich sehr schnell. Aber... Oh, die Waves shit, terrible. Shit. Ah, das tut weh. Die ist fein, oder? Die Wave? Joa, ist okay. Ähm... Jetzt sind alle 4 Summs unten raus. Da kann er gerade auch noch geflasht. Lely auch, ne? Hat sie? Ne, glaube ich nicht. Auf blöcke geflasht? Ne, da kann er auf blöcke geflasht. Aber auch. Das war sehr schnell, oder? Ich glaube auch. Ich glaube ja. Hat die gerade gestöhnt und dabei gemutet? Ich habe gerade einen Kennen-Minion. Ah. Und da hast du gemutet, um zu stöhnen? Ne, das Mikro hat mich einfach runterreguliert. Da kann ich sie. Okay. Wer mich der hier feststellt? Er hat 20 CS in Folge verloren verpasst, oder so. Na, das kann eigentlich tricky sein, ne? Mal versuchen, meine Leute nicht schönzureden. Ja, vielleicht ist die Strom angeboten, ne? Wollen wir hier mal rein agorieren? Vielleicht den Pinkrotz kreieren? Ich komme. Glück, gibst du unten fein? Ähm, ne, die Wave ist halt kurz vorm Tower. Die können hier friezen. Okay, dann gehe ich nach unten, angenümm. Oh, ich bin immer noch Level 1, fällt mir doch noch. Ist hier irgendwo, ne? Versuche halbwegs zu respektieren und trotzdem Pressure zu halten, ja. Ist ja schön. Ah, ich gehe, aber ich Level 1-Move ist schon ein wenig aller Cringe. Das ist ein wenig Cringe. Ich warte ja auf ihre Raptoren. Dann lass weiter pushen, damit wir unserem Homeboy helfen können. Ich hoffe, ich kriege die One-Shot. Spiel ist ja ein geiles Camp für Amomo. Ne, wo schau ich wahrscheinlich rein, ja. Ja, Flakan ist A, wenn ich eine Trill. Vielleicht hier einen Flash bekommen. Wir können auch On-Side Dragon machen, wenn wir das bauen. Ja, ich gewiss. Aber du gehst jetzt hier nach oben, ne? Meine FPS... Ich werde jetzt noch von nach unten parten. Meine FPS droppen gerade Hardcore rein? Warum? Also, sie muss eigentlich Top-Side-Camps machen. Vielleicht macht sie auch unsere Raptoren. Ich gehe direkt dahin. In meinem Game leckt mega. Willst du kurz Pause? Also, ich kann so spielen, I guess, aber... Das wäre meine FPS doch 60 gecapten, auf einmal. Du hast wahrscheinlich rausgetabt und musst wieder reintappen. Ja, musst wieder reintappen, ja. Das ist super. Lele Bot, Lele Bot, Lele Bot, Lele Bot. Geht jetzt. Gut. Gut. Oh mein Gott, bitte kein Flash. Ist auch schön von dir. Geht aber Eck, ne? Ja, dir Eck. Geht hier ein Wort auch. Geht hier auch ein Wort. Na gut. Ja, wollte ich gerade ein bisschen gehopst, muss ich sagen. Was ist das mit Dragon? Ja, die pushen jetzt zu uns. Ja, wir können auch einen Gang unten spielen. Oh, die Moven jetzt in den River, die Moven jetzt in den River. Die peen wir jetzt da, Agorin. Oh. Ich glaube, du bist tot, oder? Ich bin sowas von tot. Botting ist missing. Aber die Lele ist geflasht. Botting kann echt die Mitte gehen, wenn die, aber es wäre super weird, die Audition. Hast du Körper in den Link? Hm. Okay, sie sind wieder hier. Hier, maybe nicht durchlassen? Ich bin komplett fucked mit der ersten Mal. Oh, da ist es noch, weil ich freely und dumm bin. Okay, das ist ein Given. Könnt ihr jetzt mal in der Mitte vorbeischauen? Und ich habe Tempo überhacken. Ja, hier ist kein Flash. Ich würde gerne für Dragons schauen. Lieder top sein. Die Top-Sets sagt, genau. Wird mittel-harder reinpushen. Ja, die wird wahrscheinlich einfach gesetten danach, Alter. Ja, dann nehmen wir Dragon. Vielleicht, wenn ich mich zeige, vielleicht kommt sie da nochmal. Oh, ich komme, ich komme, ich komme auch. Oh, du bist tot, noch? Ja, ich habe leider keinen Top-Ber-Wandang. Wir haben nicht nur, der matcht gar nicht. Ne, ne. Der hat da wahrscheinlich ein Wort gehabt. Aber ich stehe von Bot-Lane, also wir können nur den. Ah, da hat er den Wort gehabt, okay. Ach, Mann, ich bin so blöd. Und so weit er fett. Bin's. Wir müssen auf Bot-Lane respekten, ne? Jupp. Ich glaube, ich sterbe hier einfach. Ich bin einfach zweimal dumm rein, ne? So ein Unflug. Gegeben. Nice, ich kann einen Dragon machen. Also, die Lieder, ich... Wir pushen uns einmal raus, oder? Ähm. Ja, ich hätte gerne mal ein bisschen EP, ich würde das Level 3. Ja, du kriegst mal Dragon-EP. Hm. Die wissen, dass wir hier sind. Ja, ich bin ja schon gefallen. Ja, nee, wer ist in der Mitte? Die ist auch sehr gankbar, glaube ich. Für 2 Minuten. Rakan ist auch Mitte. Okay, ne, jetzt wieder in den unten. Die pushen sofort gegen. Vielleicht kann man die holen, ich habe keine Items. Ich brauche bei S. Ja, das ist gut. Ich bleibe bei unten alleine. Die moven jetzt in den River. Wenn sie Wave unten alleine haben. Ach, come on. Ich kann mir nie base. Den will ich nicht so bad. Oh, Herrpela. Hier, den nimmst du den... Das ist mir auf jeden Fall vorhin aufgefallen gegen unser Team. Was genau? Das ist wirklich nicht base. Der ist einfach... Ich bin so bad. Also, sofort hier in der Mitte. Der macht die Krabber wahrscheinlich, und der kommt durchgelaufen. Das ist Wave-Management. Sein Wave oben suckt, und er ist sehr low. Also, below Halfway-Spiel. Mitte ist wahrscheinlich Waves. Ich bin safe, steckert Atoms gerade. Oh, die hat den ganzen Rot. Gerne. Also, wir müssen aber, glaube ich, zuerst Andi wir töten. Wir müssen Andi wir töten. Weil sonst verlieren wir hundertprozentig. Die wird auch sehr aggressiv. Und wir töten zuerst Atoms. Der ist leichter zu killen. Nein, aber dann nehmen wir nicht den Herod. Ja, aber der ist leichter zu killen. Aber Andi wir zu killen, ist nicht so leicht gerade. Armin, sie hat... Sie ist eigentlich schon mal... Hast du die Flash? Nein, da ist kein Flash, genau. Wo schauen wir weiter? Oh mein Gott, sie hat... Aber sie ist was... Ich habe die Wall vergessen. Oh? Aber sie stirbt nicht zweimal, ne? Well... Ich gehe nicht mehr rein. Guck in drei. Ich komme nicht raus, oder? Jetzt habe ich meinen Hooker. Raus mit Moven. Ah... Ja, ich habe... Zwar... Das ist eine sehr gute Top-Time-Wave hier. Sind wir da Ult-Ball haben? Nein, das ist meine Minutes oben gefarmt. Vielleicht zwei Stück. Geil. Nicht unangenehm, Brücki. Entschuldige dich. Bitte was? Okay, die werden jetzt für den Herald gehen. Wollen wir schauen, dass wir unten in Varus driven dann? Hm... Ich glaube nicht, dass wir für Herald gehen. Da kann es... Ich habe meinen Worte gepinkt. Ich? Aber da kann man im Mittelgrado. Hier ist ein HP, die er in der Worte... Ja, willst du... Die Lelava ist doch hier hingegangen. Oder nicht? Aber die gankt mich nicht. Die sind safe bei Herald, oder? Ich bin untrüstlich. Ich auch, die ganze Zeit schon. Jetzt machen sie... Jetzt machen sie den Ding aus. Jetzt würde ich auch auf der Weg... Aber Leute, das ist genau das, was wir sehen wollen. Jetzt müssen wir mal smart spielen. Diesmal haben die Lanes uns nichts gegeben. Der Weg bleiben wir den, okay? Doch hier, Rokami. Maybe kommt er schon. Der wird ja nicht gesehen. Und jetzt nicht rausziehen. Er wird rausgehen, ja. Wir kriegen... Zwei Platten, maybe? Nice, das ist auch was weils. Nice. Good job. Good job. Ich glaube, dass er keinen Top-Grow-Mobus-Not hat. Ich ziehe den Recall durch und gehe um den Dive-Cover. Da gibt es keinen Dive-Open. Es gibt keinen Dive-Open. Perfekt. Wait, aber warum nicht? Also jetzt rein Education-Purpose. Weil der Typ die Wafers und ich die Wafers spielen kann zuerst. Okay. Also ich habe einen Slow-Push sogar. In der Theorie, wenn ich will. Aber gut, ich meine uns, Sustain macht jetzt auch nichts. Hätte auch nichts gebracht. Also das ist fine. Also Slow-Push-Cover würde ich wissen. Ich würde nochmal über Mitte gucken. Maybe... Ich laufe von oben drauf. Aber die hat diesmal Sums. Ihre Wall macht sie halt leider sehr sicher. Jetzt hat sie auch Flash, also... Ach so, kein Flash mehr. Hier ist ein Pink. Oh, Shepard. Das ist ja also... Jetzt, wo sie so tanky ist, ist sie halt fast nicht mehr killbar. Maybe hier? Nice, I got him. Oh, das ist allerdings sehr, sehr gut. Direkt runter-moofen, habe ich nicht gedeifet hier eigentlich? Ja. Schönes Ding, Angorin. Well played, Angorin. Sehr, sehr wichtig. Ilia ist unten. Aber sie hat keine Camps gehabt, ne? Kannst du schauen, dass... Wenn die hier drin ist, dass ich nicht sterbe? Ja, ich bin bei dir zumindest. Lilia ist mit mir zu. Okay, dann nichts. Ich habe aber nicht teleporten, ne? Wenn ihr Bord denn einen Player aufsetzen könnt. Ich bin Karen. Ich kann Flash mehr, die Lilia. Ich würde einfach warten, oder? Wenn ich kann den geilen Deep Ward hat, ist geil. Ja, das gibt mir einen geilen Deep Ward. Naja, wenn du irgendwann einen hast. Oh oh. Wir werden gebankt. Ich bin in der Nähe von Top Ren. Er hat keinen Flash. Keiner World, aber ja. Ich werde nur hinter dir stehen, damit du was probieren kannst. Ja, er hat den... Er hat dieses Orb-Scheiß. Hast du auch frackern? Full-Flash, ja. Also Flash-Ult. Actually... Der ist schon One-Shotbar, ne? Er hat Mercs und die Rune, denk dann. Ja, ja. Und wir sind hier. Das war actually so nötig. Wait, Anivia ist ein Bot-Land? Ich hab sehr viel damage gemacht. Nee, ich hab blöd gemacht. Ich hab nur zweites. Nee, ich weiß, ich hab viel damage gemacht. Ich hab mich gewundert. Ja, ja, genau. War aber schön gemacht. Jürgen war ein Mann, wirklich nice try. Ich werde ein Bot bekommen. Können wir Mitte und Top-Platten nehmen dafür? Ja. Ich hoffe es, ja. Er teleportt danach. Also ich kann auch eine Platte nehmen, muss dann nach Base. Die könnten halt unten jetzt für T2 spielen, ne? Nee, also... Das ist richtig schlimm. Muss dann nach Base. Ja. Ich war wohl jetzt vorne, komm. Kein Demonic for me. Hier kommt, äh, ein Vogel. Boah, was war das denn? Wie funktioniert das? Was genau? Was meinst du? Ey, also... Karne ist grad durch die Wall geglitscht. Ah, er hat einfach zu spät. Aber das sah schon so aus, als er... Er sollte sich kennen. So, in dem Moment, wo ich die Wand connecte, bin ich, glaub ich, immer big chilling. Also... Die könnten alle Mitte sein, wann zupfen wir ja rum? Hast du gesehen, aber... Wann zupfen wir rum? Wann zupfen wir rum? Wann will Brücken die Mitte? Äh... Ich kann die Wave noch nehmen, aber... Scheiße für dich, ne? Nee, kannst du... Nimm ruhig, nimm ruhig, nimm ruhig. Ich kann ja auch noch einen. Aros kann die Mitte, aber wann? Anni hat immer noch Flash, ne? Ich geh auch nochmal base. Ja, ganz ehrlich, ich pushe komplett aus und dann kommt es vor. Hm? Ah, das kann doch noch Mitte sein, ich hab keine Info. Rakan ist auch hier. Okay, Brücken, du resetest jetzt, oder? Oder läufst du einfach so Mitte? Ich würde auch base gehen wollen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Die Full Swappen, die Full Swappen. Lillia hier. Also, der Play of Vows ist sehr attraktiv, er hat keinen Clans. Ja, ich komme, ich komme. Ich hab auch alles ab. Brücken, kommst du? Ja, ich bin... Nach oben. Dann... Ich dachte, man hat den Playmate schlecht... Bei dir haben kein TP-Top-Laner? Ah, nee, wer weiß ich nicht. Das ist so wichtig, dass man daran denken muss. Aber wie ist das? Das ist schon nach der Full Swappen? Ja, ja. Du hast mich so sehr... Rakan ist in der Map. Främ muss auch was machen. Hast du gerade eine im F-Prior? Ich hab hier nicht gesweept, der könnte auch Watt sein. Ah, Junge. Die kommen jetzt alle hoch. Die haben Mitte-Prior heute geholt. Die können alle oben sein. Hados kann mit dir laufen, aber er sollte Watt bleiben. Ich lauf... Ich lauf hinten oben, Mitte. Ich komme mit. Wirklich, push die Eno aus. Dann machen wir oben nicht. Die ganze Vision hier nehmen. Okay, die waren... Blue oder so? Nee, da ist doch nicht ab. Einfach Top-Garber, der jetzt. Engage in die Opa nehmen, actually. Nee, noch nicht. Zeig mal nicht. Mach du mal eine. Und jetzt haben wir actually Rotation nach oben ohne Vision. Haben die hier ein Ward drin? Nicht, ne? Falls Freddy kommt. Können wir mit oben kommen, ja. Ja. Die sehen nix mehr. Warum nicht sehr viel Lilias? Wahrscheinlich dahinter. Die sind komplett blind. Die sind zu viert. Kannst komplett reinfahren. Ja, ich bin... Deported. Kannst du mir... Wenien lassen so raus? Hook in drei. Hook in drei. Hook in drei. Was war das? Nur Varus-Sams, ne? Nee. Rakan ist angenehmer zu CC'n, by the way. In so einer Situation. Ich glaube, er kann es auch... Also, die können wir halt killen. Ich glaube, er kann jetzt... Wo ist er mit der Auslotte? Vorsicht. Lidia ist auch bei euch oben, ne? Passt auf. Haben beide geflasht da gerade, oder war das nur der eine? Ich glaube, er kann es auch geflasht. Er kann hier versuchen, Grom zu contesten, Algorin. Ja. Er sollte Base skin für Eclipse, aber er könnte da sein. Ja. Wait, warum ist das geflasht? Geflasht? Ah, dann... Der Blutfack. Da muss der Blutfacken. Der Blutfacken. Da muss der Blutfacken. Ja. Oh, der wird... Der Blutfacken hat mit der Wand gedeischt dann, ha? Ja. What the fuck? Eht? Ich dachte, so ein Puck. Ich glaube, er wollte in die Mitte möglichst schnell kommen, weil wir geflasht haben. Nee, der dachte, ich wollte hier zurück und wollte mich abfangen. Nach der Midway. Hat doch voll Sinn ergeben. Das bedeutet, wenn wir den Busch gecheckerten, werden wir gekillt, I guess. Ja, ja, genau. Wir haben... Also, ich hätte das checken sollen. Das ist mein Wett. Ich hätte daran denken können. So, Vorsicht. 30 Sekunden hat Outdox gepiert. Wartet jetzt, ne? Vorsicht. 30 Sekunden, careful. Harold ist auch on the table. Ich bin in 30 Sekunden Toplane mit Ult. Du musst aufpassen. Anni war sehr strong, sehr strong. Oh, Junge, 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 Junge. Ich hab auch gerade recht für den ADD-Gegner. Ich geh schon mal, wo es darf. Aurek. Geht man... In Filt jetzt second of Trist? Wollen wir das spielen? Wir sehen den Harold leider nicht. Ich weiß nicht, wie viele haben wir es. Entweder wir spielen den, oder wir gehen für Dragon. Na, Dragon ist pro Late, oder? Stopp, 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 eine mehr. Die kommen nicht. In 10 Sekunden sind sie sehr gut. In 10 Sekunden noch nicht. Willst du jetzt runtergehen? Nein, nein, du kannst du bitte gehen. Ich kann nicht lane gegen die. Ich hab nur das eine wave gegen Harrod gehovert. Der Endzett komplett. Anni war rotiert zu spät. Anni war rotiert zu spät. Ja, die kommt. Na, hier müssen wir aufpassen. Boah, was? Ich gebe ihn mal rein, I guess. Arthus von Outdox in. Arthus in Pied. Im River fighten, wenn's geht. Ich geh auf William. Bis nächste Bad, vielleicht kann ich chasen. Oh, schöner Flash. Vorsicht jetzt raus, wenn's geht. Ich hab noch ein Stein gleich. Ich will die rausgehen, da Nieva ist zu stark. Er kann, reset Dragon, reset Dragon. Ja, ja. Okay, wenn du versuchst, fighten. Ich gebe nur eine Q. Er skated. Die muss vor Nieva weggehen, ich kann die nicht fighten. Arthus flash. Hm. Ich bin stark, aber ich brauch noch Zeit, Leute. Ich brauch Wallstuff. Ich gewinn nicht gegen die sonst. Ja, ja, aber es war nicht breit der Fall. Ich werde später sehr, sehr OP werden, dieses Game. Das ist ein Arthus aus. Aber wir sind... Eine ruhige Steinland, wo ich einfach mal ein bisschen pushen darf, ne, wenn's geht. Ich kann nicht mit dir gehen. Ist unmöglich für mich. Ich geh bitte. Ja, klar. Also, ich mein ja mit dir. Ja, dann müssen wir... Dann schwimmen wir in dich rein. Dann halte ich mich einfach nur. Das geht ja. Also, wenn dann schwimmen wir in mich rein? Wir kennen das gerade unsere Songs, Leute. Ja, auf jeden Fall. Wir können easy für mich Bot oder Top Tour erzwingen. Wir geben dem Drake, oder? Oder wollen wir den fighten? Wir geben dem. Ich hab keinen Ult. Ich hab keinen Ult. Ich bin useless hier. Ich kann den fighten. Okay, hoch und fällt hier eins, ja? Ja, geh hoch. Geh hoch, geh hoch. Geh hoch, das ist gut. Wir können nicht kämpfen. Mit der Wave, mit der Wave, mit der Wave. Ich hab Wallstuff in einer Wave. Ich bin später sehr OP. Das war knapp. Pass auf, Brücke. Die sind alle da. Mhm. Der One-shotet mich. Machen wir jetzt in 2-top oder Bot-side-Alguin? Bot-Tom ist low. Ich pass 2-top. Okay, dann spiel ich nicht für Bot-Tom. Außer du denkst, wir killen. Wir haben genug Schaden für den. Wir killen den niemals. Ja, ich auch nicht. Er chase jetzt sogar mich. Vielleicht in den Tod. Ah, da kann top. Da kann da oben. Wir kennen Oldspot-Liner. Wo ist der? Ich wollte es da fahren. Können vielleicht killen. Mal gucken. Wir könnten probieren, top-side zu brennen, wenn der Annehmer nicht da ist. Wir wissen nicht, wo der Jungler ist. Rakan wird oben. Rakan ist oben, ne? Vorsicht. Ja, Rakan ist mal an dem Busch in der Worte geklärt. Ich werde ganz kurz 3-setten vermissen. Brücke, Athos, Kermitauwann hier, ja? Ja, ich möchte basically in 3 Minuten wieder kämpfen. Mein Flash ist mein Leben. Ich glaube für den Nieva, wenn ich aber locker 3 Items brauche. Brauche ich noch einen Death Cap. Sehr, 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 sehr. Ich habe gerade wieder aus dem Busch gecheaset. Jo, okay. 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 Ich glaube, ich schaue auf den Attox, wenn er so aggressiv spielt. Ich habe Reddorf. Okay. Ich stehe gerade an der Wand dran und will rüber. Okay. Ich habe kein 0 für 20. Ja, das würde passen. Ich glaube, ich kann den sogar fast soloen. Wenn du das sagst. Er hat dieses Magic-Scheiß-Orb. Er hat den Kriegen, denke ich. Kommst du mit gerade? Ah, wir sind hier über den Waterfall. Drei Leute waren Mitte. Drei Leute waren Mitte. Die gehen Nash, die gehen Nash, die gehen Nash. Die gehen Nash, die gehen Nash. Die haben wir, oder? Lilia, die waren so zweit hochgelaufen. Lilia ist nach unten gelaufen. Ich komme nicht so, kommt so Nash. Können den safe starten, wenn man zu dritt bot side. Ja, ja, die haben auch Rage Blade. Wie nice ist es, machen wir nicht? Ja, aber Varus war ein HP-Tor. Fliegen wir auf die Anivia? Ja, Varus fertig. Also wenn wir Anivia engagen und Lilia da ist und aufräumen kann, verlieren wir wahrscheinlich. Ja, da müssen wir echt aufpassen. Das ist Level 14. Ja, dann wieder nach unten zum Atrox. I don't know. Nee. Der ist zu Ende, der hat er wiederholt. Ich gehe farm. Die nehmen die Kappe oben, nicht? Nice. Nice. Hier mit Infinity. Herald kommt mit. Bin der Busch drin, der Bro? Man könnte auch Rage Blade auf das Tana gehen. Du wolltest sie, ne? Okay. Ich bin on my way. Mit dem Spacing. Nice. Let's go. Ja, Niva ist in unserem Top-Stand-Jungle. Ja, der Void stuff completed und ich kann actually spielen. Push mit dir durch, push mit dir durch. Ich habe TP, aber ich will nicht TP, okay? Ich habe Flash-Ult eine Minute. Trotz, ja, ja. Ist das hier cool denn? Bola, 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 Vorsicht. Ich kann den oben nicht halten, ne? Ich kann nicht TP, ja. Ich kann den nicht halten. Ich bin sehr OP in 40 Sekunden mit wieder Flash-Ult, ne? Die werden nichts machen, ne? Nee, die werden das nicht machen. Mit dir passiert was? Nee, ich habe die Alarm-Camps. Vielleicht nur Void die P hinter mir. Bisschen mit mir helfen, mit aufpassen, wenn es geht. Seht ihr was? Ich gucke, da ist nix. Alles klar. Nee, ich sehe auch nix. Also, mehr von da habe ich. Ich habe es nicht gesehen. Wo ich gerade den ganzen Aftensieg zwei Trial-Spots habe. Das ist so insane, actually. Holy fuck. Nice, good job. Freddy, du musst um wieder aufpassen. Die können jetzt wieder da sein. Alle bei dir. Okay, dann war ein Duck. Ich muss doch nicht R-Spot retaken. Ich muss Drink-Base. Ich muss Drink-Base. Ja, ja. Genau, Tau ist ein Gold, ich habe Death-Cap. Dann mache ich Actually-Mob-In-Einer, I think. Nice. Richtig. Okay, gut job, what the fuck. Jetzt geht's. Okay. Haben wir nicht auch mit der Mumu wieder einfach so einen random Nash-Winkel, wenn die einmal out of position sind? Könnten jetzt gerade Nash'en. Ja, ja, genau. Das meine ich. Ja, warte, ich habe hier einen insane Ward für Flank-DP. Ich würde auch alles machen hinten, gerade bis auf Anivia, I think. Actually, das ist auch Jug-Show. Okay, never mind. Ich werde nicht alles machen hinten, aber ich werde sehr viel Damage machen. Oh, ups. Die Face-Check jetzt hier mit Ulti. Nein, 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 nein. Wir turnen, wir haben TP. Okay. Komm hierhin, Kani. Links. Jetzt, jetzt, TP. TP. Wollen wir weiter machen? Oh, ich habe Pokémon-Winkel. Wir brauchen so einen Ult auf die, wenn es geht. Ich habe einen guten Blick in dir. Ich gehe rein. Ben, 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 Ben. Ganz kurz noch. Die, der ist hier. Ich habe den Wardus. Können wir nicht mehr fighten müssen, dann rausredet sich, wer kann, der Gäste. Das war Action nicht gut. Doch, wir müssen lostern. Also, wir sollten nicht nashen. Ja, ja. Naja. Der war halt hier in der Kamilie, der hat dazwischen. Also, ich glaube, wir müssen einfach auf die Lilia gehen, da. Er hatte die 4x0, das war schon nicht bad, aber wir haben sie noch nicht getan. Ich glaube, wenn du auf die Lilia gehst, kriegen wir den nash, weißt du? Und wir können nicht durch die Lilia durchlaufen. Aber ich kann Lilia auch nicht so recht sich ziehen, wenn sie einfach wegflasht. Aber wenn der Cold ist, hat turnt, dann spiel ich halt für den Fight, nicht für den Ash, wisst ihr? Ja, ja, aber wir können nicht durch die Lilia durch. Also, du musst halt die Lilia ulten. Ey, also, ich werde nicht Juxtual Lilia ulten. Ich kill die nicht, wenn ich da Varus an Nibia habe. Ist glaube ich auch fein, denn wir müssen einfach mit dem CC, ich weiß nicht, wo Karni hingegangen ist, aber wenn Karni für uns die Lilia zu zählt, gewinnen wir auch. Das haben wir Reviewen, das ist gut für den Review später. Was kann man Reviewen? Ich habe meinen ersten Hook gemisst und dann habe ich ihn Backland auch geultet. Das war das Deathgap fertig. Wenn ich wieder ulter, äh, wenn ich wieder fescht habe, bin ich sehr stark. Boah, ich bin level 15, oh, ich bin mir leider geklaut. Scheiße, what can you do? Dann noch in Top Wave. Von noch 600 Gold, dann bin ich okay. Also, die Seele gleich zu halten, wird halt unglaublich schwer, würde ich sagen. Kann ich ja Fleisch dafür haben, immerhin. So wie die gerade alle sind. Ne, haben keine Info. Aber ist mega gut, die machen nichts mit Nash. Immerhin hat was. Lilia unten. Hey, wie können wir mit der hier durchgehen? Wenn ihr Top-Land-Provinz geklappt hat, ist es Realia's Gold, what the fuck. Level 16 von der nächsten Wave, denk an den Anibia-TP-Door, Agurin, ne? Aber da kann es auch ein, da kann es auch ein. Du musst tanken, wenn wir da wollen. Reisen-Bot. Ihr könnt vielleicht mit den Top-Till wegfegen, oder ne? Die Top-Till weg ist ja glücklich. Die haben Lilia holt, haben sie benutzt. Die haben Lilia holt, haben sie benutzt. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht wie sie sein. Willst du rausgehen? Ich habe alles gemissten, Maritz. Also, auf Artok zumindest. Oh, actually, sieht das noch gut aus. Ich glaube nicht. Geh raus, wenn du kannst, sage ich nur auf den ganzen. Aber jetzt ist der FK fertig. Ich bin jetzt halt überall rein, ne? Können die enden. Dann ist da nicht langs. Action. Ja, nicht, damit er die Beat wäre, you know? Raus, Klaus, Klaus. Okay, ich empille mir 16 und ich habe Flash in zwei Minuten. Guck, wie gut. Aber wenn mich Rakan exhaustet, ist alles auch scheißegal tatsächlich. Aber hoffe, dass wir es nicht machen. Hat der nicht gerade exhaustet? Er hat mich im letzten Fall exhaustet, ja. Also beim Nash hat er mich exhaustet. Er wird exhaust haben für die Seele. Okay, was ist mit dem? Also in 2,50 ist er Drake, ne? Wir können auch den wilden Enkel machen und versuchen Seele für Nash zu traden, ne? In die Seele? Wie gut ist die für die, ist die Frage, ne? Ja, schon nicht schlecht. Schon sehr, 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 sehr gut, ja. Weil man auch keinen Anti-Heal. Alle sehr tankige Gegner-Team leider. Schwer irgendwie reinzuflaschen. Und wir haben eh nicht so viel Damage. Aber ich sollte nicht flanken zum Anfang des Fights. Ich sollte so ein bisschen von to back und dann reinflaschen. Sonst bin ich, ich würde niemanden gegen deren Draft gerade. Hm, gut aus Rappadons jetzt, ne? Ja, weil der schon ein bisschen... Hast du das gerade eben neu gekauft? Ja, ich habe gerade Rappadons gekauft, ja. Gleich davon nicht. Wie viele von denen pushen gerade Mitte alle, ne? Ah, hier gibt es zumindest noch mal gesehen. Lillie auf der Jagd nach Kennen. Also wir haben keinen D-B-Ops. Freddy, actually, geiler Bot, overextend, play ich TP zu dir, ist geil. Vielleicht kriegen wir einen Atrox-Shutdown oder so. Würde ich fühlen. Wollen wir nicht da was drauf reinfallen? Also Freddy ist gerade noch Bot-Lane und wenn Atrox sich fightet, will ich rein TPen. Atrox ist Bot. Nur wenn der Atrox sich fightet, ich gucke. Und? Aha, das ist Level-Wort. Also man muss halt committen, wenn ich committe, können wir nichts machen. Wir können niemanden hier one-shotten, wenn er face-checkt, oder? Also wir bräuchten dann irgendwann die Tristan, oder? Wenn du jetzt nicht... Wenn du jetzt nicht... Wenn du jetzt nicht Tristan hast. Wenn du jetzt nicht Tristan hast, ja. Aber ich glaube, der geht jetzt. Ich hätte schon so gar nicht stehen dürfen, ne? Ich wäre eigentlich... Er face-mehr noch so ein bisschen. Herbert, I guess. Der Nieder wird mich one-hitten. Eine Minute. In Fights sind es schwer, sagen wir gerade. Besonders nicht, was ich jetzt baue. Ja, vor allem, wenn wir jetzt den ganzen Jungle durch face-checken müssen. Also jetzt aktuell könnten wir zum Dragon rennen. Vielleicht geh in den Stop-Bot schon, dann komm ich. Aber ist Nash... Also für uns Dragon ist das ein Trade, den wir haben wollen? Dem schon, oder? Ja, die könnten bei so der Top-Lane einfach bleiben. Wollen wir da fighten? Ja, auf jeden Fall. Arthos muss TPen. Wir fahren hundertprozentig da rein. Aber keine... So gute Flank-Controlle, ne? Nein, ich komm mit. Vielleicht kriegen wir einen TP, oder so. Wenn es gut läuft. Anivia ist Chang. Ist das mal ein guter Start? Ja, ich... Slow-Chaser? Wir kriegen den Dragon, wenn die hier... Nicht direkt basen können. Ich glaube, wenn wir jetzt direkt zum Dragon rennen, haben wir Dragon schon. Die könnten halt Stain und Nash machen, aber ich glaube, wir nehmen den jetzt einfach. Ich bleib, wenn die weiter pushen. Lillia ist noch Top-Lane? Ja. Wir müssen gar nicht alle in Dragon investieren, oder? Nur Trist, I guess. Ich habe Top-Lane gehalten. Oder Trist und nicht. Ich kann euch noch Bot-Inhalten gehen. Sollte okay sein. Dann machen wir uns schon mal ready für Nash. Ja, dann kanns besser. Ja, die werden wahrscheinlich einfach beide Links pushen, oder? Und machen sie nicht? Ich kann nicht Atrox-Rond1 unter dem Ende wahrscheinlich. Kann ich gleich Freddy einfach dazu rotieren? Die den Atrox-Pillen? Genau. Einfach nur auf Freddy, die nicht ansehen. Ihr haltet Nash, und dann kann der Ken da so gut gehen. Du kannst ihn reinlaufen, oder? Eigentlich Nash halten wird sehr schwer, Guys. Ich glaube nicht, dass wir den Nash halten können. Ich glaube, du musst zu uns kommen, Freddy. Hier? Ich habe auch kein Wort mehr. Ich habe schon mal lieber. Nice. Nice. Die waren Nash, ja? Ja, ist fein. Ja, der Nash ist gone. Die machen den so schnell, und ich habe keine Worts mehr. Ja, ja. Aber ich glaube, all in all war das... Es ist okay, wir können... Es ist ja schön. Weil Atrox gestorben ist, finde ich, ist echt keiner nice. Die machen jetzt erstmal nichts mit Nash. Nice weiter. Ja, ja. Aber trotzdem. Fert der Shutdown und... Seed in the Night. Ja, um Red zu trappen auf den? Ne, ne? Oh. Cancel alle ab. Oh, jetzt. Static Schiff. Phantom Dancer. Brunons. BT. Wir sind alle ziemlich... Ja, BT ist ziemlich sick hier für dich, ne? Was ist denn mit... Wie heißt denn das Item? Wir sind alle? Außer Lilia? Ja. Ja, vielleicht ja. Ja, schön. Aber BT... BT gefällt mir auch. BT ist, glaube ich, schon sick. Aber... Haben wir direkt einen Fight suchen in 15 Sekunden? Ich habe in 300 Leuten einen Mystic. Ich glaube, wir sollten nicht. Die werden halt einen Push aufsetzen. Bis dahin. Ja. Aber die haben einen schlechten... Die haben einen sehr schlechten Wadwave. Können wir auf die Lilia? Ich würde hier, ehrlich gesagt, einfach topside hier. Okay. Dann zieh hier rein und dann können wir entweder auf Lilia oder auf die... Nein, anders geht's nicht. Können wir hier irgendwie schon Wards vorbereiten, damit der Flanke liegen kann oder so? Da kann ich sogar einfach den Beinen flanken. Hast du das Goldfassen? Einfach so Flank. Wird's vermissig, dass wir die machen. Das ist ein Wacker, ne? Wenn ich hier feststecke, flasche ich glaube ich rauf, Aggrin. Wenn wir hier die Waves spielen, flasche ich auch rauf. Ich werde exhausted werden. Ich wollte nicht komplett viel damage machen, aber... Ja, let's look. Wir sind halt hier, ne? Ja, wir sind schön zu safe. Wollen wir auch niemanden on the way? Äh, ey, ey, ey. Ey, sie hat jetzt Mythic. Mh. Kann ich vielleicht 3K an es dann? Wenn langfristige Atrocks aufhalten gehen müssen. Ich glaub ich sollte dort machen oder nicht? Wenn du gewinnst, h... bitte. Ich würde am liebsten tief bleiben. Gewinnst du? Ne, also ich werde wahrscheinlich... Du gewinnst da, dass ich rein kommen. Ich hab jetzt einfach Toplin reinfahren, doch. Wall ist jetzt raus. Also ich kann dahintipilen und versuchen raufzufleischen, aber ich werde nicht so viel damage machen. Die haben da Vision, die haben irgendwo hier... Ey, ja. Okay. Ich könnte einfach Flash ulten und beten. Aber ich... Also wir brauchen jetzt erstmal das hier erarbeitet und dann können wir flanken. Können wir flanken. Ja, aber ich mein gegen... Aber wie lange haben die denn noch Nash? Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. Ich hab super, ich hab super. Okay, du. Ich hoffe auf der Atrocks Seite. Jetzt haben sie tatsächlich nur noch einen Trinkets und Pink Wars hier. Ich kann nicht hitten. Ruki kann das gehen, ne? Was denn? Den Pink Wars gehen. Was bringt du das? Was bringt du das? Dann können wir weiter flanken. Okay. Das ist jetzt auch ein Flank. Weil hier können wir ja auch... Wir sollten schon die Wave clear, wenn es geht Platz. Ja, ja, ja. Wenn geht das? Die Wave... Ich flash, ich flash, ich flash. Okay. Ich hab mich exhausted. Out of defeat. Okay, Interrupted. Nice. Ich warte, ich warte auf mein nächstes Engagement. Wir können noch spielen, wir können noch spielen. Jetzt, 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 jetzt! Nice. Das war geil. Das war sehr geil. Das war sehr geil. War jemand die Seed, actually? War jemand die Seed? War die, wie die Seed jetzt super wird? Oh mein Gott. Oh mein Gott. As you saw XD. Was? Ich hab nichts gesehen. Ich hab Rakan respektiert. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich war Nummer 18. Ich hab's auch nicht gechanged. Der hat halt was durchgeziert. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab auch nichts geachtet. Das ist schon keiner BM, though. Ja, ich wusste es nicht. Ich hab einfach, ich hab's abgewartet und sobald's weg ist, hab ich rein geflasht. Ja, same. Aber im Insel pausen sie dann nicht. Ja, weil sie auch nicht mehr gemerkt haben. Ja, wenn er die Seed ist, kann er ja nichts sagen. Ja gut, aber vielleicht merken sie das ja, dass er die Seed ist. Sorry, Jungs. Weil sie sagt ja, as you saw. Ja, as you saw. Das interessiert ja, dass ihr den praktisch mit DC, oh, der die Seed anflasht. Aber das Ding ist, wir haben ihn ja nicht mal auf ihn direkt engaged, oder? Sondern auf Rakan annehmen. Ja, ich glaub, Rakan hat sich da vorgestellt, ehrlich gesagt. Jetzt wenn ich darüber nachdenke. Oh, ja. Hier können wir was ja im Replay. Aber das ist eigentlich der optimale Fight. Weil ich hab den ganzen Fight gewartet. Und ihr habt basically, also Argan hat vor allem die Seed. Dann kann ich am Ende reinflaschen, nachdem Rakan mich exhausted hat. Das ist perfekt. Ah, der hat doch schlecht exhausted, fairerweise. Der hat extrem hart gepanickt. Die Frage ist halt, ob der mich nicht killen würde, wenn er nicht die Seed wäre. Ja, da würde ich dich halt opfern, ist mir egal. Trotzdem muss ich da warten, bis ich reingehe. Ja, vor allem, also ich war auch noch full live. Also ich glaube, tatsächlich. Ja, ich hab das nicht abbekommen, also. Wir haben die Lilia komplett weggebrezelt am Anfang. Keiner Fall. Wir sind einfach so viel besser. Richtig. Also, wenn wir das Game noch zurückbringen, sind wir schon sehr gut. Weil das ist ja schon ein Turbulos. In allen Aspekten. Auf gar keinen Fall. Wunderbild egal, was der ETC macht. Wir können damit nichts machen, damit den Kids. Das ist keiner useless. Nee, wir kommen schon einfach nur Waves aus. Ja, pushen Waves und spielen. Nein, das ist Hawk Vision für Drak. Wie bitte? Wir haben keinen Flash benutzt, ja. Ken Flashes und Amu Flash auch, ne? Für den Dragon ist er nicht, ja. Für den Dragon ist er nicht, ja. Dein Amu Engager ist sick in dem Fall. Also im optimalen Fall pushen wir, also geht es fast gar nie so, gefühlt Drake Warden. Vision kommt, Vision kommt. Für den so tiefsten Ward, damit ich flecken kann gleich. Vision kommt. 3 Minuten. Äh, ja gut, ich geh direkt Warden. Ja. Also, ich geh tief in den Dschungel. Ich hol meine Machete raus und wir gehen. Richtig. Für die Deepwads. Richtig. Für die Deepwads. Von einem Elixir of Sorcery. Nicht schlecht. Zauberer sind sehr stark. Ja, die Warden sind ja nice. Direkt reinfahren. Direkt reinfahren. Direkt reinfahren. Wie meinst du? Also deinen Flash kriegen wir nicht mehr, ne? Naja, niemals. Niemals. Und ich würd gern noch einmal kurz BT holen gehen. Meinst du nicht direkt jetzt? Während wir Full Vision haben, ist das geil? Ich komm zur Full Vision. 2k Gold, ne? Ja, I guess. Können wir Arthas gucken? Oder auf Rakan, wenn er facecheckt. Der hat Mercs und uns mitgeheizt. Kann man hierbleiben. Denkt halt der Stopwatch auch, ne? Der Rakan. Mhm. Also wir können aktuell glaub ich nicht unbedingt feiern. Lilia, Lilia. Echt so? Hm. Ich probier mal Mitte. Es kann der Park gehen. Der wird auch sehr, 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 sehr strong mittlerweile. Nein, wir müssen ihn auflösen, oder? Warte, Vartox. Warte, Vartox. Chill, 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 chill. Ich seh gar nicht, wo der... Also unsere Carries müssen irgendwie zu uns kommen, wenn es geht. Es sieht so aus, als wenn... Also wenn die nicht kommen, müssen wir hier grouppen. An diesem Punkt. Es sieht aber so aus, als würden die Topseite gehen, oder? Oder für die Inhabs-Pusher. Kann ich ganz klar mitgehen. Ich bleib bei einem leichten Flank, okay? Du müsst halt... Na, ich glaub, die haben einfach jetzt die Position. Hier ist Varus. Ja, aber wenn... Ich kann ja dann... Ich kann ja einfach den Drake Solo, oder nicht? Ja, ja, klar. Super gute Call. Wir sind eingesperrt. Ja, ich bin eingesperrt, ja. Damn. Der Drake ist ziemlich sick von denen. Nee, wie konnte das? Vor Zeiten, langsam. Ich warte, bis die Comeback ist. Nice, Varus. Oh, das war... Er ist direkt geflasht, kann ich's machen. Ja. Nice. Oh, die Swapbush. Oh. Nice, Brücki. Noch eins zurück. Das ist trotzdem endet, Leute. Jo. Schade, Mann. In Action, in 20 Up mit Karni zusammen. Maybe. Wie bin ich noch vor dir gestorben? Nee, du bist einfach niedriges Level. Nee, du bist niedriges Level. Ach so, true. Das sind irgendwie 7 Sekunden oder so vor Level. Ach, das ist schon. Ach, das ist schon. Hast du wie viel Damage dieser Varus macht? Ja, ja. Wir wollen komplett weg, wir beide. Also, wir sind Action am Leben. Ich hab Ult. Vielleicht können wir Wapopieren. Ich hab Ignite. I don't know. Was ist die da vorne? Ja, einfach ein Fall. Auf. 20 Sekunden. Oh, ausgesperrt. Trump, mach auf. Nein, nicht mehr halt wirklich. Die Wards sind so lästig. Gut gespielt, ja. Sehr gut gespielt. Nice. Ah, shit. Ja. Aber ein guter Versuch noch, da zurück zu kommen. Würde ich sagen, wir reviewen oder was? Ja, ja. Also, ich erinnere mich ja an das Early Game schon gar nicht mehr. Ich werde das wirklich reviewen. Da ist glaube ich, also, keine Ahnung. Wir können auch sagen, wir machen einen stilligen kleinen Flexer oder wir reviewen jetzt. Das sind die Optionen. Also, erstmal natürlich vielen Dank an Team Black Lines für die Scrims, ne? True. Much appreciated. Folgt Ihnen auf Twitter. Äh, Twitter? Haben die Twitter? Ja. Sorry. Ich bin nicht dafür bereit, öffentlich zu scrimmen. Habt ihr absolut recht, die zu loben und zu danken? Lieber in Black Lines? Ja, das ist nicht selbstverständlich. Hm. Wir kriegen sogar ein Herzchen von mir. Ein Herzchen? Ja. Immer mit dem Herzchen. Ein schönes Herzchen.